Ein Volk, eine Rente. Ab dem 1.7.2023 gibt es einen gültigen Rentenwert für alle. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie wissen es vielleicht noch aus der Vergangenheit, wir haben da so ein Gesetz, das ist das Rentenangleichungsgesetz. Ich glaube aus dem Jahr 2017 war das und da ist vorgesehen, dass die Renten im Osten bis spätestens 1.7.2024 dem Rentenwert nach dem Rentenwert West angeglichen werden. Und nun gab es ja am 20.03.2023 die gute Nachricht, dass es doch recht ordentliche Rentenerhöhungswerte zum 1.7.2023 geben wird. Und im Zuge dieser Nachricht stellte dann auch Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeiten Soziales von der SPD fest, dass wir schon zum 1.7.2023 einen einheitlichen Rentenwert in Ost und West haben. Das ist umso erstaunlicher, als dass wir an sich eigentlich die Rentenwertangleichung ein Jahr später zum 1.7.2024 erwartet haben. Wir haben ab dem 1.7.2023 in West und Ost den Rentenwert 37,60 Euro für einen persönlichen Entgeltpunkt. Das heißt also, wenn Sie einen persönlichen Entgeltpunkt haben, bekommen Sie dafür im Gegenwert am 1.7.2023 37,60 Euro monatlich an Rente ausgezahlt. Für einen Entgeltpunkt. Jetzt können Sie natürlich mal Ihre persönlichen Entgeltpunkte nehmen und multiplizieren das mit 37,60 Euro und dann sehen Sie, was Sie da an entsprechenden Rentenwert dann herausbekommen. Rentenwert zur Höhe einer monatlichen Altersrente. Also meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Am 1.7.2023 gibt es nur noch einen aktuellen Rentenwert. Dieser ist aber zukunftsbezogen. Das heißt also, alle Rentenberechnungen, die vor dem 1.7.2023 anzustellen sind, erfolgen immer noch nach den unterschiedlichen Rentenwerten West und Ost. Was auch gut ist, zum 1.7.2023 bekommen wir eine einheitliche Einkommensfreigrenze bei der hinterbliebenen Rente. Also dieses ganze, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Theater mit dem, was passiert mit meiner Witwen- oder Witwerrente, wenn ich in den Osten ziehe oder von dem Osten in den Westen ziehe, hört dann auf, weil wir dann einheitliche Einkommensanrechnungsfreibeträge nach § 97 SGB VI haben werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine reine Ereignisse. Ich wünsche Ihnen eine reine Ereignisse.